Der Kern der Information aus Kapitel 30 Diese 20 Verse habe ich zum Besten meines Verständnisses vor ein paar Wochen aufgenommen zu der Thematik der 2. Exodus, da gibt es ein Video zu und ich wusste jetzt nicht, dass ich das eben voraus mache aufgrund der Informationen aus der Tora-Portion, ja das Thema lag mir auf dem Herz und es geht darum, was der 2. Exodus ist und das spielt hier mit rein. Ich erkläre es kurz, hier, wir haben ja schon gelesen aus der Portion zuvor, Berg Ebal und Berg Erezim und die Flüche und der Segen, das haben wir ja letztens uns angeschaut. Und daraus sehen wir auch, dass die Tora bringt eigentlich nur den Fluch. Warum würde die Tora nur den Fluch bringen? Aufgrund dessen, dass die Tora vermittelt uns, dies ist was von uns verlangt wird. Bitte lass uns diesen Punkt verstehen. Ich verstehe, dass wir Gnade brauchen, ich bin dankbar, dass wir Gnade brauchen, aber lass uns diesen Punkt wirklich verstehen. Die Tora sagt, das ist Gottes Maßstab und daran gibt es nichts zu rütteln. Es ist nichts zu verhandeln, es gibt keine Grundlage zu sagen, naja Gott wird schon drüber wegsehen. Das ist was er verlangt und seine Heiligkeit wird keine Kompromisse machen. Deswegen brauchen wir Gnade und das ist was die Tora uns sagt. Deswegen brauchen wir Jeschua. Aber die Grundlage ist immer noch die gleiche. Wir müssen perfekt sein, bevor wir verherrlicht werden können. Macht das Sinn? Wir kämpfen doch mit so viel Schwachheit und wir fragen uns vielleicht, ja Jeschua wird alles wegnehmen eines Tages. Ja, das verstehe ich auch in Yom Kippur, dass die Restschuld wird rausgenommen aus dem Lager durch die Ziege Azazel, also die Ziege, die halt in die Verbannung geschickt wird. Und sinnbildlich ist es halt so, dass wenn Jeschua die Kinder Israels ins verheißene Land nimmt, dann beschneidet er sie auch vorher. Und die Beschneidung ist auch am achten Tag und der achte Tag deutet auf die Ewigkeit. Also die endgültige Säuberung, wenn wir es so wollen, passiert kurz vor der Ewigkeit. Aber was passiert kurz vor der Ewigkeit? Die Drangsal. Sprich, die Drangsal ist mit ein großes Instrument, welches genutzt wird, um uns zu läutern. Und vor ein paar Jahren, das muss schon fast 15 Jahre her gewesen sein, glaube ich, war ich in einer Gemeinde gewesen. Eine freie Gemeinde, glaube ich. Oder ich weiß nicht, ob sie mit irgendeinem Verbund da in Kontakt war. Und da habe ich einen Menschen kennengelernt und wir haben uns ein bisschen unterhalten, auch dann privat besucht. Und ich habe damals oft gesprochen von dieser Thematik Armageddon. Und er hat dann immer zu mir gesagt, hast du Angst, wieso redest du mal von Armageddon? Ich glaube, ich habe dieses Beispiel schon mal gebracht. Und ich habe gesagt, ich habe keine Angst, aber es steht drin und wir nehmen es zu lasch. Also dieses ist noch ein Thema, was auf uns zukommt. Sprich, Drangsal wird ein Instrument sein, um uns zu läutern. Es muss eine legale Grundlage geben, um uns zu vergeben. Macht Sinn? Das ist der Part und die Arbeit und die Erlösung von Jeschua. Und man wird es dir so auslegen heute, du musst nichts mehr machen. Das ist fast Standard. Es ist kaum aus den Köpfen rauszukriegen, du musst nichts mehr machen, weil Jeschua ist Knalle. Alles andere wäre nur bemühen. Bemühe dich, das ist meine Botschaft an dich, du kannst machen, was du möchtest. Und bemühe dich, so viel du kannst, durch Gebet, durch dein Herz überprüfen, durch den Alltag, durch deine Beziehungen, indem du wirklich schaust, dass du nach dem Weg des Herrn gehst, dass du guckst, dass du in allem, wie du es kannst, aufrichtig bist und immer wieder vor dem Vater gehst. Und nicht aus Angst, weil deine Erlösung ist sicher. Die kannst du nicht verlieren, wenn du bei Gott bist. Aber bemühe dich, ein gutes Kind zu sein, wie du auch ein gutes Kind sein möchtest für deine Eltern. Da bemühe dich auch. Und fragst nach, wie es ihnen geht, ob du vielleicht mal einen Tee bringen kannst. Jetzt nicht mehr, jetzt bist du erwachsen. Aber ja, du versuchst, als du ein Kind warst, die Gunst, deine Eltern zu bekommen. Und das ist ein fortwährendes Thema. Okay, also das ist, was die Tora uns sagen würde und die spricht eigentlich nur Flüche aus. Nicht, weil die Tora voller Fluch ist, sondern wir sind in der Position, dass wir es nicht halten können, weil wir gefallen sind und schwach sind. Aber der Ausweg ist Opfer und Gott kann durch die Opfergaben, haben wir schon gelernt, und dass wir uns nahen wollen und dass wir bemüht sind, nach seiner Tora zu leben, da ist Gnade da. Und somit kann die Beziehung auch bestehen. Jetzt in dieser Portion, jetzt, die fängt ja in Vers 10 an, in dieser Version, aber es ist das Gleiche. Ihr steht, denn das ist ja, was es bedeutet, Nitzavim, ihr steht heute allesamt vor Jehova, eurem Gott, eure Häupter, eure Stämme, eure Ältesten, eure Vorsteher, alle Männer von Israel, eure Kinder, eure Weiber und dein Fremdling, der inmitten in deiner Lager ist, von deinem Holzhauer bis zu deinem Wasserschöpfer, damit du in den Bund Jehovas, deines Gottes, eintretest. Also Gott lädt uns ein. Nein, was heißt es, in den Mund einzutreten? Es heißt doch nicht, ja, ich glaube an Jesus. Ja? Atem, Nitzavim, Hayom, ihr steht heute vor Gott. Es heißt doch nicht, ich glaube an Jesus. Es heißt, ich mache was Konkretes, die Arche bauen, die Gebote auf mein Herz geschrieben zu haben, danach zu wandeln, eifrig das vielleicht abzutun, daran zu arbeiten, heiliger zu werden. Und das ist von der Technik her leicht gesagt, aber das müssen wir umsetzen. Weil das Ganze nicht so läuft, wie Gott es möchte, das ist mein Verständnis, okay? Werden wir in Kapitel 30 lesen, dass wenn wir dann, weil Gott wird jetzt hier androhen, jetzt in 29, dass wenn wir nicht das tun, was er sagt, dann wird er uns aus dem Land vertreiben und dann werden wir halt im Exil sein. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Geschwister, wir sind gerade im Exil, weil wir nicht im Land wohnen. Aber das jetzige Land Israel ist nicht, wo wir hinwollen. Das jetzige Jerusalem ist samt seinen Kindern in Knechtschaft. Das schreibt Paulus auch im Galaterbrief, ja? Kapitel 4. Und das Jerusalem, auf was wir warten, ist das, was droben ist. Also wir sind gerade im Exil, weil wir nicht zu Hause sind. Und er wird uns wieder nach Hause holen. Und das ist jetzt der Part, wo ich meinte, der zweite Exodus, die Thematik, die ich da behandelt habe, die erklärt ist. Ich versuche es hier zusammen zu dichten. Gott sagt, wenn wir seine Tora nicht halten, wenn wir nicht in diesem Bund bleiben, den er uns anbietet. Und er sagt auch hier, dass er nicht nur mit uns den Bund macht, mit denen, die heute stehen, kommt in dieser Portion vor, sondern auch mit den künftigen Generationen. Und die sollen alle in seinem Bund bleiben und diesen Bund behalten und nach diesem Bund auch wandeln. Wenn sie es nicht tun, dann wird er sie ausstoßen. Und dann kommen alle Flüche des Bundes, die in diesem Buch geschrieben stehen, über dich. Und das ist, was Gott hier androht. Und dann werden wir in den Nationen sein. Und dann lesen wir, dass das passierte aufgrund dessen, wenn die Nationen fragen, warum ist dieses Land hier so durch Zorn, welche Jehova umkehrte in seinem Zorn und in seinem Grimm. Und die Nationen werden fragen. Und alle Nationen werden sagen, Vers 5,24, warum hat Jehova diesem Land also angetan? Weshalb diese große Zornglut? Achtung, was er sagt. Und man wird sagen, darum, dass sie den Bund Jehovas, des Gottes ihrer Väter, verlassen haben. Es geht weiter. Den er mit ihnen gemacht hatte, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte. Achtung. Und hingingen und anderen Göttern dienten und sich vor ihnen niederbeugten. So, hier interessant. Diese Strafe kommt, weil ihr habt anderen Göttern gedient. Aber wir haben schon mal gelesen, dass ihr werdet anderen Göttern dienen als Strafe. Also ein Zyklus innerhalb des Zyklus. Was kam also als erstes? Die Strafe, dass man Gott verlässt, ist, dass man diese fremden Göttern anbetet. Und die Strafe kam aber, weil man die fremden Götter anbetete. Macht Sinn? Also hütet euch fern. Beispiel im Neuen Testament. Kindlein, sagt Johannes, hütet euch vor den Götzen. Also hütet euch vor dem Götzendienst. Denn den Götzendienst zu frönen, kann schon die Strafe mit sich bringen, dass Gott jemand dahin gibt. Ja, ich bin mir ganz sicher, ziemlich sogar, dass viele von uns, und ich würde mich auch damit reinzählen, nicht so ganz verstehen, welche Nuancen Gott so bringen kann. In allen Bereichen. Ich glaube, wir denken, wir kennen ihn ganz gut, aber er meint es wirklich ernst. So gnädig er ist. Aber seiner Heiligkeit, da kann kein Kompromiss gemacht werden. Aus uns heraus kann nichts kommen, was es gerechtfertigen könnte, dass er uns erlöst. Also brauchen wir diese Erlösung. Dafür ist Gnade da. Okay, aber wenn wir den Bund übertreten, dann wird er uns ins Exil schicken. Und da sind wir jetzt gerade. Jetzt Kapitel 30 sagt er, dass da ist Hoffnung für uns. Wenn wir in dem Land, da wo er uns hin zerstreut hat, erst mal sagt er, dass es wird geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe. Und du es zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin Jehova, dein Gott, dich vertrieben hat. Macht Sinn? Okay, also Gott ruft ja Himmel und Erde als Zeuge und sagt, dass er legt das Gute und das Böse vor uns. Haben wir gelesen in der Portion. Darin sehen wir, dass das Böse auch aus seiner Hand kommt. Nicht, dass er das Böse möchte, aber er lässt es zu. Und haben wir vorhin gesagt, nochmal hier nebenbei, und nicht mit euch allein mache ich diesen Bund und diesen Einschwör, sondern mit dem, der heute hier ist, der mit uns vor Jehova, unserem Gott, sprich die Kinder, die Israels, die da standen, unserem Gott steht und mit dem, der heute nicht mit uns hier ist. Also sprich für zukünftigen, für die Generationen gilt dieser Bund auch. Und wenn der Bund nicht gehalten wird, dann wird Gott sie zerstreuen. Und da, wo er sie hin zerstreut, da werden sie fremden Göttern anbeten. Wir sind gerade zerstreut und sind hier in einem Umfeld, ein Umfeld, welches nicht sehr freundlich ist gegenüber die Satzung von Gott. Und dennoch musst du überleben und jetzt hast du hier zu tun. Okay. So. Wenn wir aber in dieser Zerstreuung sind und wir rufen, und es wird geschehen, wenn alle diese Wörter über dich kommen, der Segen und der Fluch. Also Mosche sieht schon voraus, dass es wird passieren, es wird auch das Lied noch geben, wo die Kinder Israels zum Ende der Tora, das fünfte Buch, da soll Israel ein Lied lernen, damit sie daran denkt, weil Gott wird Mosche sagen, das Volk wird sich abkehren von mir. Also da gibt es Mosche schon mit auf dem Weg. Und Mosche hat diese Offenbarung schon bekommen. Warum jetzt diese Einleitung, um was es geht? Darüber will ich noch ein bisschen sprechen heute. Okay. Vielleicht ändert es einiges zu deinem Verständnis. Es wird geschehen, wenn das passiert und du es zu Herzen nimmst unter all den Nationen, wohin Jehova, dein Gott, dich vertrieben hat, wenn du im Exil bist, also jetzt gerade, und umkehrst zu Jehova, deinem Gott und seiner Stimme gehorcht nach allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele. So wird Jehova, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und er wird dich wiederum sammeln, Achtung, aus allen den Völkern, wohin Jehova, dein Gott, dich zerstreut hat. Und das ist, was ich meinte mit der Information in diesem Video, der zweite Exilus. Denn, steht hier, wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird Jehova, dein Gott, von dannen dich sammeln und von dannen dich holen. Und Jehova, dein Gott, wird dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben und du wirst es besitzen und er wird dir wohl tun und dich mehren über deine Väter hinaus. Daher kann das jetzige Israel nicht gemeint sein, um eine solche Nation in der Größe, wie Israel jetzt sein müsste und wie es Abraham versprochen wurde, das jetzige Land Israel, so wie es ist, könnte gar nicht groß genug sein, um eine solche Menge gut zu beherbergen, dass alle noch mit Platz und in Frieden und in Wonne dort leben. Deswegen, dies ist eine Prophetie für die Endzeit. Es heißt, hier geht es ausschließlich nur um das neue Jerusalem, um Gottesreich. Und was jetzt hier zusammenkommt, ist, wir sind im Exil. Der einzige Weg zurück zu Gott ist durch wen? Durch Jeschua. Und das ist das Verständnis, was dir vielleicht helfen mag. Es gibt einige, die sehr stark Israel auf dem Herzen haben. Und ich liebe Israel und ich war schon da und ich habe die Sprache gelernt und ich habe versucht, da Kontakte zu knüpfen. Und lange Zeit war ich ja auch in diesen hebräischen und messianischen Kreisen bzw. mich da bewegt und da auch Kontakte gehabt. Und irgendwann kam so die Erkenntnis mehr und mehr, dass es mag alles schön sein, denn wir haben viel bekommen aus Israel. Und wir sollen auch nicht gegen Israel oder gegen die Juden reden, denn wir sollen gegen gar keinen reden. Da ist ein bisschen Angst da, man darf jetzt nichts vielleicht sagen, wenn ein Jude was falsch macht oder vielleicht sündig, weil man darf ja nicht gegen den Samen sprechen oder den feißen Samen oder die Nation, die aus Abraham kommt. Und wir sollen über gar keinen Menschen schlecht reden oder verleumderisch sein oder lästern. Aber die Tatsache ist, dass es gibt, Apostelgeschichte was, viel glaube ich, es gibt, oder das ist zwei, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, der gegeben ist, ich glaube Kapitel 4, Vers 12 ist das, der gegeben ist, dass wir erlöst werden. Das ist der Name Jeschua. Also es gibt keinen Weg dran vorbei, egal ob Jude oder Afrikaner oder Deutscher oder Fremder oder Asiate oder sonst wer. Es gibt keinen anderen Namen, der gegeben ist, wo wir Erlösung finden werden, außer in Jeschua. Und deswegen, es wäre ja schon eine Art Klassifizierung oder Menschengefälligkeit oder Ansehen der Person, wenn jetzt Israeliten, die Jeschua nicht auf dem Herzen haben, die vielleicht sehr gottlos leben und man würde sie kennen, ja, ich rede jetzt hier nur als Beispiel, ich habe jetzt hier nichts gerade vor Augen. Und man würde sagen, naja, weil da eine Verheißung drauf ist, dass man muss jetzt schauen, wie man mit ihnen umgeht. Du sollst mit jedem so umgehen, wie du mit einem Menschen umgehen würdest, in Gerechtigkeit, in Aufrichtigkeit und in Wahrheit. Also es gibt keine besondere Verheißung auf eine Blutlinie, außer die bekehrt sich zu Jeschua. Wenn jetzt viele aus der Blutlinie, das ist jetzt die Information in dem zweiten Exodus, du kannst es gar nicht nachvollziehen und es ging die ganze Zeit nicht um eine Blutlinie. Hier in dieser Prophetie gemeint ist, alle die, die im Exil sind, denn sinnbildlich, wenn ein Japaner, der nie was mit Israel zu tun hatte, das heißt, er hat keine Vorfahren aus Isascha oder aus Sebulon oder aus Gad, sondern es ist ein rein blütiger Japaner und der kommt jetzt irgendwo in Tokio zum Glauben und plötzlich hat er Jeschua auf dem Herz, dann gilt er als ein Israelit im Exil und diesen wird Gott am Ende holen und er wird ihn nach Hause bringen und Jehova, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Kinder beschneiden, damit Jehova, dein Gott liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, auf das du am Leben bleibst. Was damit gemeint ist, dass in der Endzeit all die, die an den Namen geglaubt haben, der Einzelne, der gegeben worden ist für die Erlösung, nämlich Jeschua, befinden sich in diesem Exil, egal in welcher Generation, egal in welcher Nation sie sich befinden. Und da sie glauben, am Ende der Zeit, weil die Drangsal auch nur das ist, weswegen wir rufen werden und geläutert werden, wie wir es am Anfang auch gesagt haben, dass diese Reinigung ist notwendig, denn Perfektion ist das, was Gott verlangt. Jeschua ist ja der Erstling, er gilt ja als die Erstlinge, was wir so feiern, Erstlingsfrucht. Und dieser Erstling, Jeschua ist sozusagen das Exemplar, so müssen alle sein. Und damit bürgt ja Jeschua beim Vater, wenn er sich präsentiert als Erstling. Macht Sinn, steht irgendwo im Text drin, Jeschua präsentiert sich als Erstling vom Vater. Was das Fest bedeutet, die Ernte konnte erst angerührt werden, wenn die Erstlinge vor dem Priester gebracht worden sind. Und Jeschua ging ja hoch, als er zu Maria sagte, das rühre mich nicht an, ich muss erst meinem Vater hoch und ich muss mich erst meinem Vater präsentieren. Jeschua präsentiert sich und er gilt als Erstling. Und so müssen alle sein, von der Natur, vom Charakter her, so müssen alle sein. Und das wird Jeschua nach Hause bringen, gewiss. Er wird es nach Hause bringen, obwohl alle zerstreut sind. Hat nichts zu tun mit der Zerstreuung von Israels damals, ist ein Sinnbild. Ja, haben wir schon mal behandelt, dass Sahadon und Schamaneser hat dann die Belagerung und die Wegführung abgeschlossen. Guckt ihr das Video gerne an, es geht um die 40 Minuten. Und dies ist ein Bild, diese Zerstreuung von Israel, welches ja in Götzendienst war, in allen Nationen. Und naja, es spricht zu uns, weil wir sind inmitten dieser Nationen, alles um uns herum ist das Heidentum und gottlos. Und wir müssen geformt und geschliffen werden, denn viele von uns, wir haben es vielleicht schwer, hier uns zu orientieren. Aber es ist dringlich, dass wir sagen, weißt du was, wir schauen so gut es geht auf Gott. Die Drangsal kommt sowieso. Das wird den letzten Schliff geben. Und Jeschua wird uns aus dieser Drangsal erlösen. Die, die sich bewahrt haben, die dürfen rein und die wird er beschneiden. Nein, die reinigt er, für die gibt es Jom Kippur, die kommt in das ewige Leben, es wird ein Überrest sein. Und was aber gemeint ist, ist das neue Jerusalem. Also, wenn du in irgendwelchen Projekten jetzt gerade verwickelt bist, ja, Israel nach Hause zu holen oder Gebetsaufruf für die Stämme, dass sie nach Hause kommen, das alles wird in der Form so nicht passieren. Jeder, der sich im Glauben befindet an Jeschua, ist damit gemeint. Und das hier ist prophetisch. Okay, lies es mal durch. Das ist ein prophetischer, ein prophetischer Aufruf. Jetzt wird jemand sagen, aber es steht auch in den Propheten drin, dass man wird wieder an den Zipfel eines Judens sich hängen und man wird einen Juden fragen, das zeigt uns den Weg, das steht ja in den Propheten drin, dass eines Tages wird das Haus Judah oder Israel wieder hergestellt. Ja, aber Paulus hat es erklärt, dass wer ist ein Jude? Ein Jude ist der, der inwendig einer ist, der inwendig beschnitten ist. Und dieser Begriff, Jude, Israelit, ja, wenn der Stamm, wenn der Baum, wenn Israel, die, die uns jetzt hier die Tore aufgehoben haben und die schreiben es ab und wenn die zu Jeschua kommen, ich glaube, die könnten viel mehr aus der Kultur, aus der Tradition uns erklären. Aber sie kommen nicht an Jeschua vorbei. Sie müssen an Jeschua glauben. Unsere Gebete sollen dahin gehen, dass sie auch hergestellt werden als Nation komplett. Aber es wird in der Form nicht passieren, dass jeder einzelne Jude zum Glauben findet. Und vielleicht gibt es da einen bestimmten Auftrag für den einen oder anderen Israelit, den Jeschua vorgesehen hat, aber er muss zu Jeschua finden. Macht Sinn? Also, lange Projekte, dass Israel, Nation Israel oder die Politik verfolgen oder hoffen, dass daraus Maschiach kommt. Nein, jeder Einzelne muss zum Maschiach rufen, jeder Einzelne muss sich bekehren. Denn das wird so nicht passieren. Es wird ein Drangsal geben und aus dieser Drangsal werden wir rufen. Und dann holt er uns nach Hause aus diesen ganzen Bereichen, wo er uns hin zerstreut hat. Macht Sinn? Ich habe das nochmal aufgebaut in dem Abschnitt oder in diesem Video, der zweite Exos. Wenn du möchtest, guck es dir gerne an. Okay, das ist also, was hier mir auf dem Herz lag. Zu dem Thema, dass, auf was wir jetzt warten, ist, dass die Schuhe uns nach Hause bringt. Und dass wir die Zeit jetzt nutzen, um in den Bund zu wandeln. Aber der Bund ist nicht, dass wir uns auf die Festtage stürzen. Und ich habe da skurrile Dinge erlebt in diesen messianischen Bereichen. Wo Menschen sich wirklich PDFs durch die Gegend schicken, wie der Bar zu tragen ist und wie viel Schweinefleisch in welchem Produkt ist. Ich wiederhole es immer wieder, weil es hört nicht auf. Ich bin gerade wieder in einem Gespräch, jetzt vor kurzem, oder Unterhaltung gewesen, wo man hat gehört und es muss richtig sein. Und die Fakten sprechen nicht dafür. Ich kann gerade nicht sagen, worum es geht, aber das kriegst du nicht raus aus den Köpfen. Einer muss falsch liegen. Ich kann mich auch gerne überprüfen. Einer muss aber falsch liegen. Die Fakten sind da und man sagt, nein, aber man hat es gehört und man glaubt es oder man fühlt es oder was auch immer man da sieht. Gott hat uns das ganz klar gesagt und jetzt in diesen Tagen wird auch klar mehr und mehr, was er meint. Also, die Portion endet Vers 20. Und Gott sagt, ich nehme heute den Himmel und die Erde zu zeugen gegen euch, das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, auf das du lebest, du und dein Same, indem du Jehova, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, Jeschua eifrig nachfolgen. Denn das ist dein Leben und die Länge deiner Tage, dass du in dem Lande wohnest, das zukünftige, nicht das jetzige, vergess es. Rückführung nach Israel, irgendwelche Stämme, wenn wir nach Hause kommen, irgendwelche Leiter aus Israel werden erweckt, Fantasie. Ja, Geplänkel. Endzeit. Jeschua wird die Seinen sammeln, Japaner, Afrikaner, Europäer, wo auch immer. Die, die an Jeschua glauben, die wird er sammeln und ins Land bringen. Aber es wird erst durch die Drangsal passieren, dass wir uns umkehren komplett, dass wir gereinigt werden. Es muss passieren. Ich freue mich gar nicht drauf, aber es ist eine Notwendigkeit. Und in der Psychologie sagt man, dass wenn man auf irgendetwas vorbereitet ist, mag es vielleicht erträglicher sein, dass man nicht ganz überrascht ist, wenn es doch anders kommt, als man denkt oder dachte. Und was heute gepredigt wird, ist Gnade und Entrückung. In vielen Facetten. Das kriegst du nicht raus aus den Köpfen. E-Mails kommen noch, Kommentare kommen noch. Und was ist mit der Entrückung? Das kriegst du nicht raus. Das ist so fest verankert. Und deswegen rede ich auch so oft darüber. Also das muss alles passieren. Wappne dich, räume auf, siebe aus aus deinem Leben, fokussiere dich auf Jeschua. Aber wie es enden wird, ist, dass wir werden in das ewige Jerusalem eines Tages einkehren, wenn wir zu Gott schreien und jetzt ist die Zeit und die Gelegenheit dazu. Und ihm anhängst, denn das ist dein Leben und die Länge deiner Tage, dass du in dem Lande wohnest, welches Jehova deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihn zu geben. Hat das Sinn gemacht? Glaubst du oder hast du geglaubt, dass das jetzige Israel gemeint ist, dass da zwölf Stämme nach Hause kommen, dass jemand sie führt, dass jetzt Leute schon hingehen sollen, um etwas vorzubereiten, um schon mal den Dienst zu machen? Ja, der Dienst kann gemacht werden vielleicht, dass dort gepredigt wird, dass im Land gepredigt wird, dass Menschen zu Jeschua finden. Aber da ist jetzt kein Schlüssel, sondern Menschen in der ganzen Welt, die an Jeschua glauben, die werden rufen und am Ende wird er sie nach Hause führen. Und wer wirklich zu Israel gehört, wer zu welchem Stamm zugeordnet wird, das würde ich sagen, überlass das dem Herrn. Mach dir jetzt da keine Gedanken drüber und investiere darin keine Zeit. Investiere die Zeit, das zu tun, was der Herr sagte. Das war die Portion Nitzavim. Dieser Bereich, Kapitel 30, ist eigentlich der, den ich hervorbringen wollte. Ich hoffe, dass du was daraus gelernt hast. Wenn nicht, ich kann es dir nur anbieten. Guck dir das Video doch mal an, der zweite Exodus. Und so sind wir auch schon fast am Ende der Tora. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam viel lernen durften. Für mich ist es immer ein Segen, die Tora durchzugehen. Da steckt so viel drin, so viel, was wir verstehen können. Wenn du das Video magst, teils gerne. Kannst du den Kanal auch gerne abonnieren. Und das war dir ein Segen. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.